Jetzt volle Performance hier auf starker Wind. Also was für die Profi-Runde? Profi-Runde. Nein, kruzi. Ja, zeigen wir dem Geist mal, wo die Sacklampe hängt. Oh, der schmeißt jetzt schon beim Feuer. Ich habe da schon so ein Metall, was ist das eigentlich? Metallschale Fliegensee. Okay, da liegt jetzt ein Motion Schatz. Ah, okay. Okay. Also wie gesagt, man müsste sich ein bisschen dran gewöhnen an diesem starken Wind. Also ohne diesen Nebel. Der Geist anscheinend auch erjagt nicht. Ich könnte ja mit deinem Kruzi zum Generator gehen. Wir könnten den dann sofort anmachen. Ja. Warte. Dann nehme ich mal das eine hier mit. Da war mal Atem hier. Und jetzt höre ich hier irgendwie von dem Zelt hier aus was. Okay, also jetzt haben wir zumindest genug Licht, um den Geist gut zu sehen. Dieser ist aber sehr passiv. Passiv, ja. Der ist ja passiv irgendwie. Oh. 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 Oh, na, oh, nein. Oh, na, oh. Oh, na, oh, nein. Guck mal, der Geist macht gar nichts. Obwohl, konnte dann eher für ein... Obwohl, warte mal, hast du... Motion-Sensor ist ja hier vorne, ne? Ja. Ja, warte mal. Ich packe den mal kurz hier rein. Nicht, dass der irgendwie... Oh, jetzt kommt er. Oh. Oh, die Schnau. Ja, D-Hogen, D-Hogen, D-Hogen. Oh, Gott sei Dank. Jetzt habe ich natürlich kein Foto, aber abbei. Okay. Schieß ihn ab, schieß ihn ab. Ja. 360 Noscope. So, ich mache einmal kurz Fotos, dann können wir eigentlich schon die Biege machen. Was haben wir noch? Close Event. Und D-Hogen, wo du bist. Jo, müssen wir noch irgendwas machen? Für ein bisschen Kohle, oder? Ja, die Kerze hier, die muss... ausgemacht werden. Boah, Wahnsinn. Und wo kann man eigentlich? Ich habe das schon wieder vergessen. Achso. Irgendwo hier? Ist jetzt meine hier hinten. Oh. Ähm. Ja. Ja, nur noch Kerze. Da haben wir alle drei. Achso. Ja, gut. Fotos sind doch voll. Nein, das ist ein bisschen Exorzism. Danke für die Blutmaßnahmen. aber egal das steht da macht sie den nicht aus stimmt so siehst du irgendwo vielleicht zufällig den 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 knochen den körper schnell schauen aber ich sehe den nicht oder hier ja ich habe den knochen und jetzt nur noch eine kerze ausmachen oder was hat sie gemacht super top müsste eigentlich perfekte runde sein bist du rausgekommen ich war wie du das gemacht hast da musst du jetzt noch gucken welches level du brauchst bevor ich prestigen kann ja ist ja store gut gut was gibt es eigentlich noch ein rauchstäbchen rechners kommt drauf an also klar kann man es damit auch machen so mal schnee spielen ja kannst du auch mal ist auch 10,32 der multiplikator wann hast du denn level 2 von den purple haze ich brauche level 37 weil dann habe ich kurz die level 2 alles andere ist dann schon glaube ich die richtige stufe also 37 ja gut okay wenn du 37 bist dann mache ich dann halt prestige 4 und bin dadurch natürlich viel klüger und weiser entfassen als du dann wieder eine ebene weiter dann kann ich auch ganz ganz böse und fiese geister erkennen das ist schnee ich dachte auch schnee auf dem boden hatte ich auch erwartet ja gut ist jetzt wie deutschland wir kriegen wirklich schnee ja echt jetzt nächste woche oder was ist das nächste oder ja schnell schnell schneller geist die jungen wieder oder es macht was geräuchert ja jetzt ist die frage was ist denn jetzt ich habe eher so das gefühl gehabt weil du sagst du musstest ich habe eher die sacklampe zittern sehen er hat aber er war direkt schnell also ja der jungen mimik eins von beider wir müssen wir müssen eigentlich jetzt versteckt bleiben weil es wenn es ein revenant ist dann darf uns nicht sensen also versteckt ich habe es kann kann du warst nicht versteckt du liefst doch neben dem tisch vorne rum da habe ich doch gesagt er hat jetzt angefangen zu jagen da stand so vor dem tisch und hast du doch geredet diese holländischen geschichten die du erzählst wohnwagen und sacklampe und dass du schon ausprobiert hast döner mit ketchup ist wer will denn er ist langsam dahinten er hat uns nicht gesenst er ist langsam dahinten ja ich sag einmal dünner mit ketchup schon jagt da hat das verstanden ganz schnell den geheimtipp ausprobieren okay aber um jetzt an alle die zuschauer und geheimtipp ist nur dünner mit ketchup schmeckt echt geil also wie gesagt einfach nur dünner mit fleisch ohne salat aber ihr dürft nicht im dünner laden sagen mit ketchup den müsst ihr heimlich da zu hause drauf der guckt euch sonst komisch an und dann könnt ihr genießen ich glaube keinem wird ich glaube ja hast du würf in den Kürtel Prozent Prozent aber wir werden Prozent 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 um wollen Prozent je die nur von der Zielgruppe zwei Langehen mehr auf zwei Lerner 2 also ja gut starker regen wäre noch 0,3 besser klarer himmel ist halt nun aufgang ja kommen wir spielen noch mal windig also schnee hat mich jetzt nicht für ist also wie gesagt nächste woche das hätte man zu weihnachten gebraucht hätte man das zu weihnachten ja oder auch an silvester könnte es auch ein bisschen kälter sein weil ich hätte da konnte jetzt im t-shirt draußen rumlaufen das war das war wahnsinn heute auch heute war es noch viel zu warm aber das geht jetzt so ich habe keine steps ja ich habe jetzt keine steps gehören also jetzt will es aber wissen weißt du storm wir machen jetzt mal folgendes um jetzt im meiling schnell auszuschalten nehme ich einmal okay ich habe ja eigentlich das bei das bei ich stelle mich jetzt hier hinten hin in die ecke hörst du die steps vielleicht musst du mich unterstützen aber nein geht schon geht schon nichts gehört nichts gehört hast du ja guck mal der hat auch schon wieder bei döner ketchup sofort angefangen gut da spielt man sofort hungern geist ja miley sieben und leid du bist jetzt yo ich kenne mein kruzzi ich kenne was ich alles kreieren kann ja mache ich heute aber dann aber ende wenn wir aufhören ja weil jetzt never change a winning system 30.000 aber alles kostet 3000 ja ich hatte bei dem winter update hatten sie auch irgendwie die preise für irgendwo wo ich dachte wenn du xp fahren modus macht jetzt alles wir haben so ein winterschneeflocken event zeichen sehe ich gerade so alles was ich aufgeregt konnte aber gemacht haben 10.000 so ist nie glöckchen wo die glöckchen weiß blöckchen so bist du für ihn durch die tür kommen 100 pro weißt du bei mir war die idee jetzt das ist ein phantom oder nicht ja ist phantom ich komme sofort abhauen hier weg 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 ich habe kein kaffee mehr verdammt das ist nicht gut deswegen war die runde auch so kurz der phantom discovered ich denke das habe ich schon aber das sind die neue dann sind die neuen phantoms und du kannst ja auch hier die blaue winter patch an machen hier der wägel ja ja wird es geändert aber es zeigt mir immer noch ja wohl gerade sagen jetzt ich muss sagen wir haben was ein oder zwei fehler ja 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 und jetzt hier schon vierer trefferquote quasi kurz die event auch du bist du bist du bist du sommer nee das soll dabei immer mehr kohler dringend ja welrichtiger ich bin lecker freindschelung balko es sollte scheint er passiver zu sein war ein bisschen lässt sich ein bisschen bitten wie like a french wo ich eigentlich mitnehmen hier du willst immer ein bisschen licht haben ich warte hier findet okay er jagt und du schon sehen kann man auch hierbei stark und wind gut sehen pass auf er kommt jetzt geistereignis kruzifix ja theoretisch sicher zu gehen müsste man eventuell eine weitere jagd noch abwarten ja schmeißt sie aber auch ordentlich ich hole einmal wir bräuchten nur noch ein geister event so das müssten ja 19 fotos seien also alles top ich immer gehe mal halte ich mal ein bisschen rechts ich nehme einmal das kursi mit so damit wir zumindest besser den atem sehen können mache ich hier auch mal wenn man nicht dann glaube er ist dahinter irgendwo hinter die rote was so gut sie liegt wieder ich komme wieder nicht rein ich komme ja ich war hier eigentlich eingeklemmt der kommt von hier hinten hier kommt von dahinter hinter der baum also ich habe keinen atem gesehen dieses mal ja ich konnte leider nicht gucken ich war irgendwie eingeklemmt zwischen kamera und laternenpfosten ja gut den generator hat er auch wieder ausgemacht weißt du was wir lassen denn noch aus aber ich sehe kein orb also ich wäre immer noch für hantu auch wenn ich jetzt gar nicht geliebt habe komm mit ketchup und du weibst ja der ist hier bei den selten ist ja jetzt kommt ja jetzt 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 wieder atem also auf jeden fall ja komm du kriegst du ein bisschen körper ja genau ja ich habe alles klar hantu haben wir dabei hat leider kein geister event gemacht ja ich würde sagen dann machen wir für heute feierabend war weil wir dann jetzt erst ich gehe mal kurz raus damit ich einmal prestigen kann das wird grün mit so ja so jetzt habe ich so ein grünes bad ich nehme mal ein bisschen das blaue bad auf jeden fall vielen dank fürs zusehen bis zur nächsten folge wir werden demnächst ja noch mal ein bisschen fast machen in letzter zeit war ein bisschen wenig weniger fast mal auf dem kanal gewesen aber schaut gerne auch mal bei den ganzen videos vorbei entweder daylight oder grounded ja auch mit stone demnächst haben wir vor noch mal sons of the forest zu starten wird dann so in diesem jahr wahrscheinlich schon im ersten quartal irgendwann werden wir damit auch noch mal anfangen denke ich mal oder stone gab es ja auch einige updates und würde mich auch freuen wenn ihr bei den anderen videos vorbeischaut ansonsten vielen dank fürs zusehen bis zur nächsten folge ciao ciao Vielen Dank.